Russland bereitet nach Angaben der Ukraine eine neue Offensive für Ende Mai oder den Sommer vor. Sein Land werde sich darauf aber einstellen, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy am Sonntag während einer zweistündigen Pressekonferenz in Kiew. Russland wird Anfang des Sommers oder Ende Mai eine Gegenoffensive vorbereiten, wenn es dazu in der Lage ist. Sie werden sich vorbereiten und wir werden uns auf ihren Angriff vorbereiten. Ihr Angriff, der am 8. Oktober begann, hat, glaube ich, keine Ergebnisse gebracht. Wir von unserer Seite werden unseren Plan vorbereiten und ihre Aktion kontern. Die kritischen Momente werden die Wahlen in den Vereinigten Staaten sein und erst dann werden wir verstehen, was nach den Wahlen in Bezug auf diesen Krieg passieren wird. Selenskyy sagte zudem, seit Beginn des russischen Angriffs vor zwei Jahren seien 31.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Damit nannte die Regierung erstmals seit mehr als einem Jahr wieder eine konkrete Zahl dazu. Er hoffe auf ein Gipfeltreffen in der Schweiz im Frühjahr, um seine Friedensvision den Verbündeten zu erörtern, sagte Selenskyy. Der Plan solle später Russland vorgelegt werden. Der Leiter des Präsidialamtes, Andrei Jermak, hatte zuvor gesagt, es könne eine Situation entstehen, in der Vertreter der russischen Föderation eingeladen würden. Russland hatte zuletzt erklärt, es sehe derzeit keine Grundlage für Friedensgespräche. Beobachter zufolge könnte Russland darauf setzen, dass nach den Wahlen in den USA im November erneut Ex-Präsident Donald Trump an die Macht kommt und dieser dann die US-Hilfen für die Ukraine kappt. Ich weiß nicht, dass die Ukraine kappt. Ich weiß nicht, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist, dass es nicht so ist.